Das Wochenende verlief für Zinedine Zidane wie gemalt. Seine Mannschaft überzeugte beim 4 zu 0 gegen Aibar und Barcelona patzte. In der Meisterschaft erscheint plötzlich wieder alles möglich zu sein für Real. Das gibt reichlich Rückenwind für das Spiel gegen Wolfsburg. Wir können Großes leisten, sagt Zidane, für den es im Viertelfinale der Champions League auch um seine Zukunft geht. Am Dienstag steht unsere Saison auf dem Spiel. Das wissen wir. Natürlich ist es ein wichtiges Spiel. Ich mag es, wenn Dinge schwierig werden. Ich denke, die Fans mögen das auch. Manchmal jedenfalls. Ich kenne unsere Fans gut und ich weiß, sie werden ihr Team immer unterstützen. 90 Minuten in Bernabeu sind lang, heißt ein Sprichwort. Wolfsburg erwartet eine außergewöhnliche Atmosphäre. Es sei Krieg. Man werde mit 80.000 Mann gegen Wolfsburg kämpfen. Drückt es Dani Kawahal übertrieben und unverständlich martialisch aus. Real ist vom Weiterkommen überzeugt. Ein Aus allerdings würde die Position Zidanes erheblich schwächen. Ich bin nicht beunruhigt deswegen. Das, was mich am Leben erhält, ist das, was ich jeden Tag tue, was ich tue, um mein Team zu verbessern. Das erhält mich am Leben. Ich weiß, wenn ich ein Spiel verliere oder wenn ich aus einem Wettbewerb ausscheide, kann das zu meinem Rauswurf führen. Das ist alles ein Teil dieses Jobs. Aber an das Ausscheiden denke ich im Moment nicht. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da.